Ha-ha-ha-lie Hi hallo Microsoft Freunde! Herzlich willkommen zu einem kleinen Minispiel. Heute spielen wir Bow Bash. Eine kurze Erklärung wie das funktioniert. Es gibt vierçteams, ich bin Team Rot und man muss versuchen mit dem Boot, die anderen Gegner, die anderen Teams ein bisschen laut, die anderen Gegner bzw. die anderen Teams runterzuschießen oder mit dem Bogen runterzuschlagen. Die haben jeweils Knockback drauf. Außerdem habe ich ein Kit, mit dem ich gegnerische Spiele nicht nach hinten drücken kann, sondern mit meinem Pfeil nach vorne ziehen kann. Ich baue hier erstmal ganz schnell die Base ein bisschen zu, sodass es ein kleines bisschen sicherer ist. Und dann mache ich mal so, hopps, alles klar. So kann man das natürlich dann auch machen. Color Bomb. Ich legge zum Glück nicht oder so. Los, den kriege ich, den kriege ich. Okay, hab ihn. Und jedes Team hat Punkte, das seht ihr da drüben im Scoreboard. Ich legge ein bisschen, ja. Okay, zwei Kills habe ich gemacht. Ah, schade. Den habe ich nicht mehr gekriegt. So, und ihr seht jetzt hier, Team Rot hat zwölf Punkte. Wenn man null Punkte hat, das Team, dann ist das Team raus. Ja, wer am Ende die meisten Punkte hat, hat halt gewonnen bzw. wer erst letztes raus ist. Dass mein Teammate einfach nichts macht. Ach nee, warte, mein Teammate hat irgendwas gemacht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ähm. Den gelben hole ich mir. GG. Ja, das sind so... Wow, Bash lässt sich halt schwierig kommentieren. Oh, verdammt. Mist. Ah, nein, ich hätte es überlebt. Äh, lässt sich halt ziemlich schwierig kommentieren, weil du die ganze Zeit dich überall drauf konzentrierst, irgendjemanden zu treffen. Das ist mein Liner. Nein. Nein. Ach. Ich will mein Liner nicht einsetzen, nicht bei sowas. Jetzt habe ich gerade... Am Anfang hatte ich eine gute Killstrike, aber jetzt... Irgendwie nicht mehr so. Ich liebe meinen Kit. Das ist so geil. Als ob der das so überlebt hat. Glaube ich ihm nicht. Okay, jetzt bin ich mal so ein bisschen... Das war GG. Aber richtig. Okay. Dich gräne ich mir noch. Okay, einer down. Der Zweite auch. Ja, der Zweite auch. Nein, der hat sich gerettet. Ja, und er gönnt sich den Kill halt. Mein Kill? Lol. Ich finde es auf jeden Fall cool, wie ich das halt komplett im Solo mache. Weil meine Teammates sich denken, nee, kein Bock. Nein, verdammt. Windows-Taste gedrückt. Mist. Jetzt hatte ich keinen Liner mehr. Okay, aber ich habe jetzt super krass viele Kills in einer Runde gemacht. Ich habe irgendwie... Na gut, das waren nicht so super krass viele. Aber verhältnismäßig. Also für mein Verhältnis waren das viele. Wie hat er das gemacht? Okay. Nein. Wie er da halt so total lame runterfällt. Alles klar, er versucht sich halt in die Mitte zu fastbridgen. Kann man machen. Ah, das sind immer die schlimmsten Momente, wenn du dich siehst, wenn jemand hinter dir steht. Wo ist der? Da. Wer führt denn eigentlich gerade? Oh, tatsächlich führt Team Gelb. Das ist aber nicht gut. Das dürfen die nicht. Ah, Enderperlen-Kit ist so mies, ich hasse das. Ich lebe noch. Nice. So viel Luck. Traue ich mir eigentlich gar nicht zu. So, den Gelben gönne ich mir jetzt. Natürlich nur, wenn mich niemand abschießt. Okay, das war halt wirklich Luck. Den gönne ich mir auch noch. Ah, ne, der macht das von alleine. Okay. Nein. Lass das Grüne. Meine Kills. Kills dealen ist nicht nett. Nein. Ah, ich habe es halt schon wieder überlebt. Ich habe gerade so krass viel Luck. Ähm, by the way müsste ich mir auch mal wieder... Oh, da liegt eine Colorball. Die gönne ich mir mal. Okay, jetzt bin ich tot. Na gut, dann kann ich mir bei der Gelegenheit auch mal wieder Pfeile holen. Ähm, mein Teammate... Achso, mein Teammate ist gelieft. Naja, gut. GG, das ist natürlich auch ganz nice, wenn ich jetzt alleine spielen muss. Gegen lauter Zweierteams. Na gut. Ohne Kommentar. Dumm. Okay, noch ein Kill. Noch ein Kill. Von wo hat der getroffen? Von da. Okay. Alles klar. Okay, jetzt muss ich sagen, bin ich irgendwie schon gerade ein bisschen mad. Ich versuche mal den gelben dort hinten zu treffen. Okay, ist ein bisschen zu hoch. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht. Die blauen, die sind halt auch richtig mies. Schlecht mies. Nein, ach man. Ich glaube, die Runde kann ich nicht verlieren. Aber ich finde das so asozial, wenn die Leute halt einfach lieben. Ich meine, warum wählt man denn bitte schön eine Runde mit Zweierteams aus, nur um dann zu lieben? Das ist doch... Da spielt man doch keine Zweierteams, wenn man eh lieben will. So, dich gönne ich mir jetzt auch. Okay, vielleicht gönne ich mir dich nicht. Nein, jetzt sind die wieder zu zweit. In der Hoffnung, der Pfalz trifft noch jemanden. Okay. Gut gegönnt. Naja, ich lasse die mal so ein bisschen machen. Und schieße immer mal ein bisschen rein. Okay. Alles klar, der macht halt nichts. Ah, der macht was. Das... Oh. Ich bin an dem Liner einen Block vorbeigesprungen und bin deswegen gestorben. Es ging dem Block gefallen, aber ich hab's überlebt. Er fällt halt einfach runter. So macht man das. Auch wenn das nur Zufall war, so macht man das. Ah, verdammt. Mann, ich hab halt auch echt keine Chance allein gegen das Team. Alter, ich hab so viele von meinen Special... Was macht denn die Blauen da? Aber ich warte eigentlich nur darauf, dass die Gelben mal ein bisschen unvorsichtig werden. Nein, ach Mann. Und, ja, weil die halt gerade so ein bisschen am Führen sind, damit man die mal ordentlich äh, Double-Killen kann oder so. Oh, ja, wo gußt Michael? Aber immerhin sind keine Hacker in der Runde, das ist schon mal was. Okay. Mist, den hätte ich jetzt abschießen müssen mit so einem, äh, Vorziehfall. Dann wäre der ins Volt gefallen. Okay, meins. Nein, nicht meins, okay. Also dieser Typ hier mit der Maske von Team Grün, der hat jetzt nicht so viel Skill. Das ist so einer, den man easy kriegen könnte. Lol. Alles klar. Ha, das war ein geiler... Er ist auf... Nee, er ist nicht da drauf gelandet. Das war ein geiler Kill. Wichen hat nochmal Krieger. Ah, okay. Das nehme ich... Okay, das war schlecht von mir gemacht. Aber hey, ich gewinne das jetzt doch bestimmt noch. Wir müssen mal so ein bisschen die... Wir müssen mal so ein bisschen die gelben fokussen, weil die so ein bisschen am Gewinnen sind. Alles klar. Immer diese Löcher. Warum sind da Löcher in der Mitte? Das macht auch keinen Spaß. Ja, genau. Okay, ich glaube, ich gewinne die Runde doch nicht mehr. Ich meine, wir grün und blau zusammen haben jetzt so viele Punkte wie gelb. Das ist jetzt eher weniger toll. Oh, ich habe eine Color Bomb. Oh, da sind die gelben. Das wusste ich gar nicht. Cool, Double Kill. Mist. Hä? Als ob ich den noch getroffen habe. Habt ihr das gerade gehört? Wie soll denn das passiert sein? Rein, los! Color Bomb, Double Kill. Go. Go, go, go. Ah, jetzt sind die halt wieder zu zweit. Okay, den einen gönne ich mir. Oh, als ob der das so knapp überlebt hat. Ah, das war krank... Ich ärgere mich so, dass ich so eine miese Runde erwischt habe. Ich meine, hätte ich jetzt einen Teammate, der was kann, dann hätte ich das einfach easy geworden. Aber so gewinnt man das halt nicht. Ich mache einen Kill nicht, weil der sich retten konnte. Oh, lol. Als ob ich jetzt allein gegen die Spiele... Als ob ich jetzt allein gegen die Spiele... Und als ob ich deswegen trotzdem noch Kills mache. Oder beziehungsweise damit noch Kills mache. Okay, hochspringen ist dabei sowas keine gute Idee. Hab ich jetzt gelernt. Na, jetzt sind die wieder in der Mitte und ich komme in die Mitte. Das ist immer Mad. Oder immer am Madesten. Steigerungsform von Mad ist Madesten. Alter, wie hoch ich einfach geflogen bin. Und er checkt es halt nicht. Und er checkt es auch nicht. Okay, also sie sind jetzt schon nicht die härtesten Gegner. Oh, wie der mich halt so wie es trifft. Oh, der ist wieder in der Mitte. Lol. Habe ich gar nicht gesehen. Schade. Ich habe halt nochmal eine Kill geholt. Ich habe den so krass viele Punkte jetzt allein abgezogen. Das ist... Ach du Gott. Okay, aber ich glaube, jetzt kriegen die mich. Ja, wenn die jetzt so in der Mitte sind... Dann habe ich da keinen Schaden. Schade. Ähm... Ich warte mal, dass es irgendwann ein bisschen hochkommt. Nicht getroffen. Ich versuche den Typen hier vorne mal zu treffen. So mit meinem Zurückziel-Kit. Ja, genau so. So, jetzt ist nur noch einer von denen in der Mitte. Und den kann ich mir jetzt easy gönnen. Genau so. Exakt. Geil. Ich nehme dieses Team jetzt allein auseinander. Ja. Ich nehme die komplett allein auseinander. Okay, vielleicht doch nicht. Aber hey, guckt mal, wie viele Punkte ich einfach aufgeholt habe. Es steht jetzt... Drei, sechs. Okay, einer ist wieder weg. Ah, verdammt. Dann falle ich einfach in ein scheiß Loch. Warum? Mach ich sowas? Okay. Wieder einer down. Color Bomb gegön... Oh lol. Doch nicht down. Color Bomb gegönnt. Nein. Ah, verdammt. Okay. Damit haben die gewonnen. Ich habe jetzt keine Chance mehr. Also, vor allem gegen zweier Team. Naja. Habe ich halt keine Chance. Es sei denn, ich schaffe es jetzt nur noch. Ja, okay. Das war halt richtig mies, dass ich kein Teammate hatte. Aber ich hoffe, euch hat die Runde trotzdem gefallen. Auch wenn ich jetzt nicht gewonnen habe, werde ich vermutlich trotzdem hochladen. Weil wir richtig spannend waren. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gut gespielt habe wie in dieser Runde. Also, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.